Ich lerne Deutsch. Nummer 5779 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich schaue mir das Problem gemeinsam mit meinem Kollegen an. Ich schaue mir das Problem gemeinsam mit meinem Kollegen an. Ich bin Aktienhändler und arbeite Tag und Nacht. Ob London, New York oder Tokio. Alle großen Börsenplätze sind für mich interessant. Ich bin Aktienhändler und arbeite Tag und Nacht. Ob London, New York oder Tokio. Alle großen Börsenplätze sind für mich interessant. Um meinen Körper so fit zu halten, muss ich mehrmals in der Woche trainieren. Um meinen Körper so fit zu halten, muss ich mehrmals in der Woche trainieren. Ich habe völlig vergessen, meine Rechenaufgaben zu machen. Ich habe völlig vergessen, meine Rechenaufgaben zu machen. Ich habe Angst. Was machen wir, wenn eine große Welle kommt? Ich habe Angst. Was machen wir, wenn eine große Welle kommt? Ich mache diese Übung, um meinen Körper in Form zu halten und Muskeln aufzubauen. Ich mache diese Übung, um meinen Körper in Form zu halten und Muskeln aufzubauen. Ich mache diese Übung, um meinen Körper in Form zu halten und Muskeln aufzubauen. Die wahren Träume sind die, die uns dazu bringen, trotz aller Widrigkeiten weiterzumachen. In diesem Gebäude müssen die Decken abgestützt werden. Machst du dir auch Sorgen über steigende Strompreise? Machst du dir auch Sorgen über steigende Strompreise? Reporter arbeiten für eine Vielzahl von Medien, darunter Zeitungen, Zeitschriften, Fernseh- und Radiosender. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann schreibst du dich. Und dann schreibst du dich.